Hier, stehst du? Und nun, wo ist mein Anzug? Wahrscheinlich, die Mann da irgendwie... So, Marcel! Ich wohne doch nicht da, ich weiß nicht, wer hätte ich nicht gesehen. Das ist ganz schlimm, Mann. Das macht mich depressiv. Schleckte Vibration, Mann. Halt, hieß, blieb was im Ohr. Am besten, du verdrückst dich, bevor sich der Schmerzmatz realisiert. Sprech so, dass du nicht verstehst, Mann. Ein Fähre mit Ehre bleibt dir nicht mit seinem Au-pair mit, hättest du es gehört. Sie haben aber schmerzbarer gesagt. Das ist sogar schlimm, Mann. Oh, Gott. Ich wollte nur ungegessen sein. Nein, vielleicht auch Haus. Hallo? Ist da 9304447? Was? Bist du das? Was machst du denn da? Ist Hauer sicher nach Hause gekommen? Ich bin nicht. Aber du kriegst dich nicht. Und ich bin bestens das heute. Ich lebe niemanden mehr an. Ja? Dann wirst du dich aber entscheiden müssen. Was? Wenn ich mich in den Schloss gehörte, ich liebe dich. Doch ich lecker dich. Du kannst mich nicht lieben. Ich bin alt genug, der Vater zu sein. Du bist älter, der Vater. Was? Hallo, hier, Wepper. Ich bin alt genug, der Vater, wo sind sie? Zu Hause. Ich wollte gerade weg. Ich habe nur eine doze Bohnen gegessen und muss jetzt loschießen. Ich treffe einen alten Kumpel aus dem Regiment unten in der Ostindien-Dockroad. Nein, Roland, du's nicht. Ich muss nach Hause zu meiner Frau. Nein, Roland nicht. Ich bin jemand, hat mir meinen Anzug geklaut. Ich muss mir einen neuen besorgen. Ich bin's alles seit Jahren, die Dienstleistung ist. Was solltest du auch von ihm, was du auch für Ableistung? Du bekommst doch auch was für dein Geld, oder nicht? Ich gehe jetzt da hinein. Roland, wenn du da reingehst, brauchst du gar nicht, erst wiederzukommen. Weil es heute Abend aber das Bohnen im Bett wiegt und auf dem Aussie zu sehen gestrichen ist. Roland? 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 Ach was converts? Tony? Ich wollte ihn nicht so befrieden, ich quetschte ihn drei Stunden in der Schrank, ich quetschte ihn in den Wäsche-Kork. Deine Güte-Böse, ja, sagt er, sagt. Ja, ja, mehr. Er wollte Müller. Also sagte ich zu ihm, in Ordnung, du böse, böse Junge, du, hinaus mit dir auf dem Fenster simst in einer Unterwäsche, so dass nicht alle deine Nachbarn sehen können. Was gibt's noch? Mach die Wanne voll. Womit? Mit Wasser, du blöde Kuh. Nein, ich will, ich halte mich nicht aus. Ich muss nach Hause zu meiner Frau. Ich bin ein verdweifelter Mann. Ich bin ein verdweifelter Mann. Hallo, kohle, okay. Ich bin ein verdweifelter Mann. Ich bin ein verdweifelter Mann. Ich will mich nicht, um und um. Um und um. Viele Männer müssen sich niedigen. Kein Mann kann viel befiehen. Um und um. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Evelyn, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you.